Boah, Mann, wie er will. Scheiße. Ich nehme meine ganze Schränke aus, mein Kollege. Neben? Ja. Wie heißt das? Lebewesen, äh... Oha! Was ich in den Bänden geschlossen habe, an den Tenderbläser und etc. Okay. Ja. Ja, wir haben die Schränke aus. Alle Mann auf Gefechtsstation. Katapultjäger in der Luft. Ja, ich habe mir jetzt meinen Pro-Deckel bestellt. Okay. Gegnerische Streitkräfte am Horizont gesichtet. Das ist nicht. Gegnerischen Zerstörer entdeckt. Gegnerischen Kreuzer gesichtet. Gegnerischen Kreuzer entdeckt. Gegnerischen Kreuzer entdeckt. Ich bin beim Schirm dabei. Boah, ich mach doch schon Rückwärtsgang Das war's Ja Unser Sieg ist in Sicht Unser Sieg ist in Sicht Und gleich hier Unser Sieg ist in Sicht Unser Sieg ist in Sicht Unser Sieg Unser Sieg ist in Sicht Unser Sieg 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 Da habe ich kein Schiff. Das ist ja jetzt fertig. Nee, ich bin jetzt in der nächsten Stufe da. Warte mal. Ich bin jetzt in der nächsten Stufe. Nee. Das war so ein Handwerker, der in der Bude daneben dran rein will. Und was mache ich, wenn ich da kein Schiff habe dafür? Nein. Nein. Bei den Deutschen ein T22 oder König Stufe 4. Engländer. Empral. Oder Franzose. Die Duke 5 Premium. Ja. Ja. Ja, ich bin jetzt. Ja. Nee, dann muss ich... Das sind... Das war's für heute. Noch nicht. Noch nicht. Aber das ist sehr, was ich nicht. Nebelwerfer gestartet. Nebelwand gelegt. Nebelwand gelegt. Nebelwand gelegt. Nebelwand gelegt. Nebelwand gelegt. Woah. Viele Action. Nebelwerfer gestartet. Nebelwand gelegt 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 Was ist das Stufe? 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 Wo du gekauft hast oder was? Was ist das Stufe? 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 Okay Okay Nee Was ist das Stufe? 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 Was ist das Stufe?